Und da kriegen wir wieder Wut. Hat der auch noch was gekotzt? Ja, natürlich. Äh, kann man direkt reinschmeißen. Holz will ich jetzt ungern verbrauchen. Äh, Holz, Kohle. Möchte ich ungern verbrauchen, weil vielleicht brauchen wir das noch für irgendwas anderes. Deswegen würde ich das mal behalten. Äh, und wir finden ja nicht so viel an... Wir finden wirklich nicht so viel an, ähm... Na, sag mal schnell. An, äh, Kohle. So, was haben wir denn in Research? Ach ja, stimmt. Aie, 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 aie. Das können wir fast bauen, aber ich weiß nicht, da müssen wir dieses... Was ist denn dieses Knorpel da unten? Hm, ein Lab. Lab 2, hui. Okay. So, machen wir noch ein paar weitere Barren. Führt erstmal die ersten... ...Consumables herstellen. Fünf Stück. Müssten 20 Ringe sein, wenn ich richtig rechne. So. Genau, das haben wir ja auch. Panzerung und Leben, weil wir werden ja... Wir werden ja gegen diese... Ähm... Dings wieder kämpfen müssen. Wir haben nicht mehr so viel Munition, sehe ich gerade. Aber gut, wir haben ja noch die Pistole, die unendlich Muni hat. Von so an ist es ja eigentlich egal. So. Ich freue mich schon. Ich bin gespannt, was da kommt. Was mich auch noch interessiert, und euch natürlich auch, wie geht's jetzt hier weiter? Wir haben keine Quest oben mehr. Also, wir haben nichts mehr irgendwie stehen, was wir machen müssen. Wo wir hin sollen. Und... Und tralala. Sonst hatten wir ja mal oben eine Quest irgendwie. Äh... Äh... Was auch drin steckt, ist ja... Ist ja Early Access. Muss man ja sagen. Ähm... Deswegen also... Äh... Müssen wir mal gucken. 25. Huh. Äh... So. Ein Holz. Machen wir die zwei noch. Und dann würde ich sagen, das Essen packe ich noch eben weg. Genau. Ich weiß nicht genau, was uns... Was uns erwartet. Also, wie viel hier noch drin steckt. Ich hab ein paar Sachen gesehen, auf Bildern. Aber ich bin mir nicht sicher, ob das schon drin ist. Das kann ich gar nicht sagen. Es kann natürlich sein, dass das, äh... In... In der Entwicklung sich noch befindet, alles. So, 25 haben wir jetzt. Plus die hier. Das ist schon ordentlich. Das dürfte reichen eigentlich, glaube ich. Ja. Deswegen. Ich weiß nicht, wie lange es noch geht. Mit dem Let's Play. Keine Ahnung. Mal gucken. Weiß ich noch nicht. So, 50 haben wir. Das dürfte auch reichen, oder? So. Ich würde sagen, wir legen mal los. Und, äh... Äh... Wie war das nochmal? So? Nein. Wie werfe ich denn nochmal? Kuh, ne? So. So. Na, dann wollen wir mal. Ich bin gespannt, was uns erwartet. So. Auf die Ecke. Oh, wir kriegen ja noch mehr Kisten jetzt, ne? Ich weiß schon beinahe gar nicht mehr. Wohin damit? So. Die Musik schlägt um. Gut. Also, es ist wieder Rätselzeit. Rätselzeit. Heißt für uns, wir werden uns drum bemühen müssen... ...hier wieder fleißig zu rätseln. So. Ah, ich seh dich. Uah! Alter Schwede. Fast tot. Wirklich fast tot. Da waren drei Stück. Alter Schwede. Okay. Ich use mal. Heilen würde ich mich nicht. Das geht automatisch. Da will ich jetzt ungerne einfach Dings verbrauchen. Äh, unsere Bandagen. Hii. So. Oh nein. Ist der da? Das ist der, ne? Oh, wieder drei. Oh Gott. Huah! Huah! Gut gerettet. Alter Schwede. Puh. Gampfwolke voraus. Ja, wir haben nicht mehr viel Muni. Das mit dem Schießen ist echt schwierig. Also, die zu treffen ist schon... ...ne Herausforderung. Und wir müssen uns Munition bauen. Komme was wolle. Weil wenn wir den nächsten, äh, zweites Schiene bekommen... ...dann, ähm... ...ja. Kommen wir nicht drum rum. Ist einfach so. Na? Hallo? Ist sie... Äh, ich komme hier nicht rein. Warum? Hä? Bin ich zu dick? Ich habe zugenommen an den Feiertagen. Es tut mir leid. Das ist ja toll. Ein kleines Nest. Das ist ja supi. Ist das eine Schildkröte? Ne. Gut, äh... Ja. Hier ist ein Haus. Das ist toll. Da hinten... Ach, da ist Laserrätsel. Voll Laser. Ähm... Gut. Dann... Ich würde die beiden Häuser mal besuchen. Ah, ich ziehe schon wieder ein. Heißt also, wir müssen gucken, dass wir schnell hier wegkommen. Falls wir die nicht gut treffen. Das sind bestimmt auch mehrere. Hüah, schnell weg! Das klappt ganz gut, die Technik, ne? Mit dem schnell wegziehen. Ich hoffe, das waren nur zwei. Man schießt die an, lockt die und dann schnell weg. Das... Das ist irgendwie ganz geil. Ich glaube, das ist eine gute... Eine gute Technik. Dann verbraucht man wenigstens keine Muni und stirbt auch nicht. Und wir heilen langsam. Das ist supi. Das ist doch gut. So. Ähm... Ja, warte. Wir müssen jetzt gucken, dass wir... Äh... 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 Na. So. Und so. So, dann sind die schon mal weg. Ähm... Ja, warte. Ich höre auch keinen. Das ist schon mal gut. Scrap Metal nehmen wir mit. Auch keine Symbole oder so, ne? Vorsicht, zahlbar. Schon mal gucken. Nicht, dass wir... Doch, da. Fisch. Krebs. Nochmal Fisch. Okay. Heißt also, wir haben wieder ein Musterrätsel. Kann man das so sagen? Oder Symbol... Symbolrätsel, ne? Besser gesagt. Es ist ein Symbolrätsel. Ähm... So. Ich weiß noch nicht, wo wir es hier brauchen. Also, wir haben zweimal Fisch, Oktopus und Krebs. Na. Fisch, Oktopus, Krebs. Ich habe immer Angst, dass hier so ein Blasenfisch da ist. Fisch, Oktopus, Krebs. Die Reihenfolge ist halt mal interessant. Oder wäre mal lustig zu wissen. Fisch, Oktopus, Krebs. Okay. Oh, ich höre ein. Oh nein. Ich sehe ihn. Da sitzt er. Müssen schnell flüchten. Okay. Das könnte klappen. Ich probiere es. Oh, da sind drei. Na. Oh, fuck. Schnell weg. Okay, wir haben ein bisschen Schaden genommen. Egal. Ich packe die Rüstung wieder dran. Oh, wir haben mehrmals Fisch. Fisch, Fisch, Fisch. Krabbe. Oh, jetzt bin ich aber verwirrt. Was nehmen wir denn? Da ist Essen. Essen nehme ich mit. Essen ist gut. Äh. Ja, das ist ja blöd. Jetzt weiß ich gar nicht, was wir nehmen. Oder müssen wir... Warte mal. Krabbe, Fisch, Fisch. Also, wir haben dreimal Fisch, wir haben Krabbe und wir haben Oktopus, ne? Wenn ich das richtig sehe. Wir brauchen vier, eins, zwei, drei, vier, fünf Symbole. Fünf. Fünf Stück. Na toll. Wollte ich gar nicht. Fünf Symbole brauchen wir. Oh nein. Wo ist er? Ich höre ihn. Da. Oh, das sind immer drei. Weg. Oh, Gott sei Dank. Hat uns getroffen. Egal. Na ja. Was soll's. Haben zwar keine Rüstung mehr. Wir müssen zwar noch... Zum Laser-Rätsel. Da werden auch noch einige sein. Aber wir können ja dann... ...noch mal zurückgehen. Also. Dreimal Fisch. Einmal Oktopus. Und einmal Krabbe. Müsste richtig sein, ne? Die Reihen... Die Reihenfolge wäre mal interessant. Müssen wir ausprobieren. Weiß ich nicht. Oder ob das egal ist. Die Reihenfolge. So, hier war sonst, glaube ich, nichts, ne? Ne. Okay. Gut. Also, dreimal Fisch. Ich mach jetzt mal dreimal Fisch. Oktopus und Krabbe. So, hab ich. Passiert aber nichts. Jetzt halt so die Frage... Oh, ernsthaft? Welche Reihenfolge denn? Hier hinten vielleicht noch mal Fisch? Auch nicht. Ich guck noch mal. Na. Äh. Also, wir haben da definitiv Oktopus. So. Da gucken wir doch mal. Also, wir haben... Wenn ich so gucke, wäre ja Krabbe, Fisch, 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 Oktopus. Das heißt, ich müsste mit der Krabbe anfangen. Wenn es von links nach rechts ist... Ist es Krabbe, Fisch, Fisch. Kommt der andere Oktopus... Kommt der Oktopus vor dem anderen Fisch? Sieht man den vorher woanders noch? Ich guck mal. Okay, nein. Das wäre dann so die Reihenfolge, glaube ich. So. Das heißt, Krabbe, Fisch, 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 Oktopus. Okay. Krabbe, Fisch, 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 Oktopus. Krabbe, Fisch, 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 Oktopus. Krabbe, Fisch, 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 Oktopus. Dann probieren wir das mal. Also, Krabbe. Fisch, Fisch, Fisch. Und Oktopus. Ja, juhu Geil Eine Küste Nehmen wir mit Strange Chest So, sehr schön Das heißt, wir düsen zurück Oh, was ist das denn? Oh, trinken Nehmen wir mit Ich würde, glaube ich, tatsächlich, wenn wir am Zug gleich sind Ich würde jetzt erstmal zurückrudern Am Zug würde ich uns, glaube ich, erstmal ein paar Rüstungen wieder bauen Weil Wenn wir gegen diese Fische kämpfen Und das werden wir hundertprozentig Würde ich da auch nochmal sicher gehen wollen Dass wir dort Ja, Schutz haben und nicht sterben Hui So, wie gesagt, ich kann noch nicht sagen, wie lange das Let's Play noch weiter geht Oder beziehungsweise Das ist, äh, die Videoreihe Ich nenne es mal Videoreihe Let's Play sagt ja heute Heutzutage noch kaum jemand Ähm Ich weiß, wie gesagt, wie lange noch nicht die Die Episoden hier gehen Schauen wir mal So, zurück am Train So Wir können Erstmal hier unsere Dings leer machen Unsere Roflinos So Und dann Können wir die Kiste lagern Die, ich glaube, ich nach Platziere ich die nach hinten? Hinten ist blöd da, ne? Danke Äh, warte Ach, brauche ich ja sowieso Ich will ja Barren bauen Ähm Dann kann ich die auch nochmal mitnehmen Holz brauchen wir auch Ich mache mal schon mal die Barren fertig Für die, äh Für die Panzerung Äh, hallo? Ich habe dort zehn reingepackt Oder beziehungsweise fünf Fünf So Ähm Wo packe ich die Kiste hin? Ihn würde ich, glaube ich, replacen Genau Dann würde ich ihn hier drauf packen Äh Wie mache ich das? Nein Äh X Genau Mit F Place Rotate Guckt der zu mir dann? Der guckt nach draußen Ist doch auch schön Kann doch wissen, gucken, was da kommt So Ja, dann Wir kriegen ja noch eine Das passt ja Aber ich musste die dann Umplatzieren Ach, hier haben wir die Eisenbarren schon drin Holy shit Oh, hier ist auch Metall Leck mich fett Okay, ja Okay Ja, ich verstehe Wir werden ein paar Barren bauen Kommen wir nicht drum rum Wir werden definitiv ein paar Barren bauen müssen Das ist, glaube ich Ja, das, ähm Ja Ist, glaube ich, eine gute Idee Not enough space Aha Äh Ja, warte mal I have not enough space Weil ich, äh Not enough Hiervon habe So Oder ich hab enough hiervon Dann machen wir das mal Dann würde ich sagen Bauen wir mal ein paar Barren Vielleicht ein paar Kupfer Können wir auch bauen Das wäre ganz gut Mal gucken wegen dem Holz Weil es wird ja auch ausgehen So langsam Hatten wir alles voll Wir hatten hier angefangen, ne? Ja, okay So Ah, nein Ich muss einen Platz immer freilassen Ich bin so doof So Wir gehen noch zurück Ja, versprochen Natürlich, klar Aber ich wollte ja Dings bauen Warte mal Und zwar Weste Weste, Weste, Weste Ich mach mal fünf Was wir haben Haben wir Und So Ja, wir müssen ein paar Barren bauen Bleibt uns nichts anderes übrig Wir müssen ja auch Äh Mit diesen Barren Die anderen hier bauen Und zwar die hier Da brauchen wir ja Siehst du Hier brauchen wir Kupfer Da brauchen wir normale Metallbarren Deswegen würde ich da einfach mal sagen Wir machen das einfach mal Damit wir da auf Reserve haben Ja Ich weiß Du brauchst wieder Holz So Pick up Armourplate Wir usen mal Tsching Sehr schön So Fünf Sekunden Dann haben wir es Zwei Eins Risiko Sehr schön So Dann haben wir wieder Vier Stück auf Reserve Und Genau Ich würde noch mal ein bisschen Metall holen Äh Metall leer Metall leer Metall 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 Oh nein Einen muss ich drin lassen War doch glaube ich so So Beziehungsweise Wir können ja Barren auch schon hier reinpacken Dann kann ich den mitnehmen Dann ist der nämlich da raus Wo war das Hier Ne Äh Hallo Da Ich finde unser Lagersystem echt super Ist echt super geworden Hat der Flexi aus der Vergangenheit Sehr sehr gute Arbeit geleistet So Ne warte mal Ja doch Machen wir von Nummer 5 Und dann würde ich gleich noch mal ein paar Kupferwaren bauen Und Dann sind wir da auf der sicheren Seite Hat Frido ihn wieder gesammelt Natürlich hat er gesammelt Warum auch nicht So Wood Wood kommt uns gelegen Können wir wieder verbrennen Können wir hier einfach reinschmeißen in den Ofen In die Schmelze Was hast du für uns Nochmal Wood Sehr schön Ja geil Da geht ja auch so langsam aus wieder So Oh Untertitelung des ZDF, 2020